Und hier ist Isabel Jennecke. Guten Abend, liebe Zuschauer. Eine neue Epoche in der Raumfahrt hat begonnen. Sie ist für jede Menge superlative gut, die internationale Raumstation ISS. Mit 100 Milliarden Mark wird sie das teuerste Bauwerk der Geschichte sein, außerdem das größte von Menschenhand geschaffene Objekt im All. Am Himmel wird sie heller strahlen als der hellste Stern. Seit heute ist der Weltraum Großbaustelle. Vom kasachischen Baikonur aus wurde der erste Block gestartet. Frank Hüffling.